Beginnen wir eine neue Aufnahme. Also gut, Richard. Folgendes. Wir brauchen eine Stimmprobe. Ich möchte, dass Sie hier ins Telefon sagen, da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Herzlich willkommen, Kate. Hallo. Hallo. Hallo, Chris. Einen schönen guten Tag. Auch herzlich willkommen. Ja, Technik läuft wunderbar. Es kann losgehen. Und wir haben viele Filme für euch mitgebracht. Und wir werden, glaube ich, auch mal noch so ein bisschen über die Oscar-Nominierung sprechen. Was uns da so ins Auge sticht oder worauf wir uns freuen. Und einen neuen Trailer haben wir auch, der ziemlich gut aussieht. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir beginnen erst mal mit unserer Sneak-Preview der vergangenen Woche. Das war ein Film, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte, wie es mir auch bei dem letzten Film von Clint Eastwood so ging, den wir in der Sneak hatten. Das war ja The Mule. Und diesmal haben wir den neuen Film vom Regisseur. Oder hat er bei The Mule, hat er da eigentlich Regie geführt? Nee, hat er nur mitgespielt, ne? Hat er auf jeden Fall mitgespielt, weißt du, die Regie weiß ich nicht. Da bin ich mit, das ist jetzt dünnes Eis, aber auf jeden Fall mit Clint Eastwood. war der, und jetzt von Clint Eastwood, der Film Der Fall Richard Jewell. Im englischen Original nur Richard Jewell. Und Hauptrolle spielt Paul Walter Hauser. Den hat man schon in ein paar Filmen mal so nebenbei irgendwo gesehen. Und andere Rolle zum Beispiel auch noch Sam Rockwell, großartig. Kathy Bates hat auch mitgespielt. Und worum geht's? In Amerika dürfte wahrscheinlich der Name, wenn der Name im Filmtitel genannt wird, dürfte er wahrscheinlich, nicht, auch übrigens hier, der Hauptdarsteller, der Walter Hauser, ne? Der hat zum Beispiel bei I, Tonya einen von diesen zwei Idioten gespielt, die da, weißt du? Ja, also der Richard Jewell war ein Sicherheitsmann, der immer eine Tendenz hatte, irgendwie auch mehr sein zu wollen. Also er wollte gerne in die Polizei, er war auch mal in der Polizei, ist er dabei aus irgendeinem Grund dann nicht weiter beschäftigt worden. Und schlägt sich dann mehr oder weniger mit so Sicherheitsjobs durch und hat aber immer so eine sehr starke Affinität zu den richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Ordnungshütern oder Uniformträgern, ja. Und er will auch immer richtig gut sein. Er ist auch total informiert. Also er ist eigentlich fachlich topfit, ja. Er weiß, wie das alles so läuft, wie Polizeiermittlungsarbeit geht und wie sonst was geht. Und er wird dann eingeteilt in Atlanta 1996, um dort so, ja, so eine Abendfeierlichkeit, so eine Konzertarena während dieser Olympischen Sommerspiele mit sicherheitsmäßig zu begleiten. Und er ist da einer von vielen, richtige, in Anführungszeichen, richtige Polizei ist halt auch da. Und er entdeckt dort am ersten Abend erstmal noch nichts. Da ist er sogar mit seiner Mutter dort, da gucken sie sich so eine Band an, die beiden gefällt. Sie gucken Kenny Rogers an. Ah, ja, stimmt. Kenny Rogers. Und am zweiten Abend hat er dort richtig Dienst und er hatte mal ein sehr, ja, ein sehr ausgeprägtes Gespür. Also er sieht zum Beispiel jemanden mit einem Rucksack da reingedenkt, Moment mal, wo die anderen schon denken, ach komm, ja, was soll das jetzt, ne. Also es war halt alles noch so vor 9-11-Zeiten, da haben die das alles wahrscheinlich etwas lockerer gesehen. Und dann sieht er auch mal noch jemand anders mit einem Rucksack, ne, Entschuldigung, den Mann sieht er nicht. Sondern er sieht dann plötzlich mal so einen herrnlosen Rucksack irgendwo stehen und gibt die Meldung erstmal weiter. Und die anderen sagen so, ja, wird schon nichts sein oder sowas. Und er macht aber richtig Druck, dass da jemand sich kümmert. Und die kommen dann auch mit hin, werfen da mal so einen vorsichtigen Blick rein und sehen, upsala, da sind so ein paar Röhren drin mit jeder Menge Drähten und Zeug. Und dann fangen die ja erstmal an, weil da natürlich eine große Menschenmenge ist, versuchen die erstmal mit so einer Art Menschenkette die Personen erstmal da ein bisschen davon wegzudrängen, von diesem Ort, wo die Bombe liegt. Die liegt an der Seite von so einem, ja, von so einem, ja, aufgebauten Häuschen da, ne. Und er, äh, unser Richard Jewell, der rennt dann auch in diesen Übertragungsturm rein, weil da ja auch Leute sitzen. Am Anfang hat er mal, ähm, hat er die schon mal fälschlicherweise schalou gemacht. Er hat gesagt, Moment, wir haben hier irgendwas gefunden, ähm, hier, ähm, geht mal lieber. Und die sagen, nee, spinnst du wohl, wir sind hier mitten im, mitten im Set drin. Wir können jetzt nicht die, die Künstler da alleine lassen hier, die machen hier Licht und alles. Und, ähm, dann beim zweiten Mal, als er dann hochrennt, da hat er schon etwas mehr Druck im Kessel. Da sagt er dann, no, jetzt alle raus hier, jetzt, wir haben da hier wirklich eine Bombe, jetzt weg. Und, ähm, kann die dann evakuieren. Und geht dann gerade noch, die anderen sind noch dabei, so diese Menschenkette da, oder die Leute wegzudrängen von diesem Ort. Und er geht so gerade um dieses Haus rum, weil da noch irgendwas war. Mit einmal tut's einen Riesenschlag, ne, da geht die Bombe halt hoch. Also es war noch, ähm, da hatten sie vorher noch so einen Bombenspezialisten da, der hat da kurz reingeguckt, dachte, um Gottes Willen, also das wird schwierig, die irgendwie zu entschärfen. Also lasst uns lieber den, äh, den Radius irgendwie absperren und dann irgendwie mal gucken. Ja, und die Bombe geht halt hoch. Er ist hinter diesem Übertragungshaus, aber kriegt trotzdem ganz schön Shellshock. Äh, also hier, wenn, wie nennt sich das auf Deutsch? Ähm, so, so Kriegstrauma, ne, also wenn so eine Bombe, wenn man da in der Nähe ist, äh, im Englischen heißt es Shellshock, also, ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Begriff richtig ist. Also irgendwie so ein... Lassen wir Shellshock einfach gelten. Ja, okay. Ähm, ja, ist so halb traumatisiert, so benommen, wankt da rum und sieht halt jede Menge, Menschen sind verletzt, weil der, der Attentäter hat da auch noch so ganz fieserweise so Nägel reingetan in diese Rohrbombe und da hat's halt wirklich einige erwischt. Man sieht die dann auch so durch die Gegend flirren noch. Und, ja, das ist also die Sicht der Dinge, die uns gezeigt wird am Anfang. Und der Richard Jewell, der ist halt ein sehr offener und vielleicht auch ein etwas einfacherer Mensch, um es mal vorsichtig zu sagen. Also der, der vermutet jetzt bei niemandem irgendwas Böses, der, der redet mit, mit allen Leuten und, und schüttet da sein Herz aus und alles. Und er wird dann schnell zu so einer Art Star, weil die gesagt hat, oh, der hat uns hier gewarnt. Und irgendwann tritt dann auch das FBI auf den Plan, weil die sagen, Moment mal, ähm, das hier ist unsere, äh, unsere Ermittlung, weil zuerst gibt's so ein bisschen Behördenrangelei, wie fast immer in, in den USA. Ähm, dann kommt aber das FBI auf den Plan, die sagen, Moment, das ist unser Fall. Und die, der Hauptermittler ist John Hamm, wird gespielt von John Hamm, Tom Shaw heißt der im Film. Und irgendwie gehen denen so ein bisschen die, ähm, ja, die Verdächtigen aus und die sind halt unter Druck, da auch irgendwie jemanden zu präsentieren. Und dann zieht irgendjemand diese Theorie aus dem Hut, so nach dem Motto, naja, ähm, wenn so ein Feuer irgendwo gelegt wird, sind es ja häufig auch Feuerwehrleute. Und hier dieser, dieser Richard Jewell, der wollte eigentlich schon immer irgendwie Polizist werden. Und jetzt hat er halt irgendwie gezeigt, dass er besser war als alle Polizisten. Vielleicht hat er da auch selber was damit zu tun mit dieser, mit dieser Bombe. Und ermitteln halt in diese Richtung, ähm, und kommen ihm auf die Spur. Und es liegt dann auch sehr schnell die Information, dass sie gegen ihn ermitteln. Da gibt es dann auch so eine, ähm, so eine Presse, ja, so eine Journalistin, gespielt von Olivia Wilde. Und die verbreitet dann auch die Informationen in ihrer Zeitung. Und sofort heften sich ganz, ganz viele Presseleute, Film, Funk und Fernsehen an diesen Richard Jewell, der mit seiner Mutter, gespielt von Kathy Bates, da irgendwo bis dahin noch sehr ruhig gelebt hat. Und die das kaum noch ertragen können, diesen Presserummel. Und, ähm, sie weiß halt, dass ihr Sohn nie irgendwas Böses machen würde oder dass er nie sowas machen würde. Und, ähm, dann, ähm, ja, das, das trifft sie halt auch alle sehr hart. Und ihn natürlich auch, weil er weiß, dass er nichts gemacht hat. So, und jetzt schlägt es einen kleinen Bogen zu was. Gibt es eine Szene ganz am Anfang, die sich einem gar nicht gleich erschließt. Nämlich, äh, dieser Richard Jewell, der arbeitet in so einer Firma. Und trägt dort so die Post aus. Die fahren da in den USA mit so einem Wagen durch und bringen auch so Büromaterial. Und, ähm, um einen, der dort arbeitet, so ein, so ein Corporate Lawyer, also so ein angestellter Anwalt, um den kümmert er sich auch ganz gerne und wechselt auch ein paar Worte mit ihm. Der wird gespielt von Sam Rockwell. Der heißt im Film Watson Bryant. Und der sagt dann irgendwann, als, äh, Richard Jewell sagt, ja, ich muss jetzt hier leider aufhören, äh, mit dem, mit dem Job und so. Äh, gibt ihm Sam Rockwell irgendwie 100 Dollar und sagt, ähm, achso, genau, weil er sagt, er will jetzt hier in den Polizeidienst gehen. Gibt ihm Sam Rockwell 100 Dollar, sagt hier, werde bitte kein Arschlochbulle oder, äh, wenn du irgendwas machst, sei immer gut, ne. Und irgendwie, dann kommt so ein Schnitt, dann kommt eben die Szene, wo er dort bei dieser, äh, bei dieser Sicherheitsfirma ist. Und später dann kommt bei Sam Rockwell ein Anruf an. Sam Rockwell ist mittlerweile kein Corporate Lawyer mehr, sondern er hat quasi eine eigene Rechtsanwaltskanzlei. Und, ja, schlägt sich da irgendwie mehr schlecht als recht durch. Wir erfahren dann auch, dass da irgendwas vorgefallen ist in der Firma, weshalb er entlassen wurde. Und er muss sich halt dann auf eigene Faust durchschlagen. Hat er so eine, ich glaube, eine russischstämmige, ähm... Nadja. Ja, Nadja ist wahrscheinlich russischstämmiger Sekretärin. Kann sein, ja. Die ihm da ein bisschen mit zur Hand geht. Und, ja, dann kommt plötzlich dieser Anruf hier, ähm, ja, Richard Jewell, er hat es natürlich vorher schon in der Zeitung gesehen, dass eben, oh, dieser Richard Jewell hat hier alle Leute gerettet, den kenne ich von damals. Und, ja, dann, ähm, kommt plötzlich dieser Anruf hier, ich brauche mal die Hilfe, weil zuerst bekommt er nämlich ein Buchangebot, dass er ein, ein, ein Buch über seinen Fall geschrieben werden soll. Und da braucht er einfach mal einen Anwalt, der sich das durchliest. Sam Rockwell sagt, ja, okay, super, mach mal, äh, unterschreib mal bitte nichts, bevor ich drauf geguckt habe. Und als dann plötzlich das FBI die Ermittlungen, ähm, aufnimmt und ihm irgendwelche, also, weil er halt auch sehr leichtgläubig ist, die legen mir halt irgendwelche Dokumente vor, ja, unterschreiben sie mal bitte hier, das ist ganz pro forma, das hat nichts zu sagen. Ähm, da erinnert er sich auch wieder dran, sag, ah, Moment, mein Anwalt hat gesagt, ich soll hier nichts unterschreiben. Und dann ruft er Sam Rockwell eben an und er kriegt plötzlich quasi so einen der, einen der wichtigsten Fälle des Landes plötzlich auf den Tisch und damit hat er wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet gehabt und dadurch, dass er auch, Sam Rockwell ist auch so ein bisschen Autoritäten gegenüber, sehr kritisch, um es mal vorsichtig zu sagen, er hatte da auch vorher bei sich im Büro da so diverse Slogans an der Wand hängen, ähm, nimmt er sich dieses Falles gern an und erkennt halt sehr schnell, dass die FBI-Leute wirklich ein übles Spiel treiben, dass die irgendwie relativ schnell irgendeinen Schuldigen präsentieren wollen und da denen da auch jedes Mittel recht ist, ähm, und versucht da seinen Mandanten davor zu beschützen. Daraus entsteht auch so ein bisschen so eine Art tiefergehende Freundschaft und wir erfahren dann auch sehr viel über die beiden und ist auch großartig gespielt, wenn wir nicht zu viel verraten, weil ich glaube so als Deutscher, äh, kennt man jetzt den Fall nicht so im Detail, wenn jemand aus den USA ist, hat er davon bestimmt schon gehört, ähm, das nimmt dann noch so diverse Wendungen und man weiß halt auch bis zum Schluss nicht, ja, hängt der jetzt doch irgendwie mit drin oder vielleicht nicht oder wie oder was, oder was ist da tatsächlich passiert oder was für einen Ausgang nimmt das und, weil in den USA ist ja auch schnell mal so eine Todesstrafe und so, da kann es ja auch sein, äh, dass das da irgendwie, ja, nicht mehr zu ändern geht, äh, irgendwelche Fehlentscheidungen, ne. Also deswegen will ich mal nichts verraten. Oder, Chris, habe ich irgendwas vergessen noch? Äh, nee. Vielleicht noch, also wie gesagt, den Bombenanschlag gab es ja wirklich. Ja. Der Täter, der dann noch überführt wurde, ist ein gewisser Eric Rudolph, ein Aktivist der christlich-extremistischen Terrororganisation Army of God. Hm. Der hat auch irgendwelche, irgendwelche Abtreibungskliniken und sowas attackiert und sowas, ne. Ja. Ja, genau. Zwei Menschen leben, 111 Personen wurden damals verletzt und, ähm. Ja, also wenn die einen hier über muslimische Fundamentalisten schimpfen, die irgendwie was in die Luft sprengen, ja, gibt es auch auf der anderen Seite, ne. Also ich stehe ja Religion im Allgemeinen sehr kritisch gegenüber, insbesondere eigentlich den Kirchen selbst. Also Religion selbst kann ja jeder glauben, was er möchte und was ihm gefällt und hat ja auch viel mit Tradition zu tun und mit Eltern und so. Also, aber die Kirchen selbst oder diejenigen, die das dann verbreiten, das Wort des jeweiligen Gottes, ähm, da, das ist sehr kritisch zu sehen. Ja, sieht man leider immer wieder. Jo. Naja, ey, boah, das war ein Hammerbrett, ey, boah. Es war ein ziemliches Brett, weil es halt wirklich, äh, aufgezeigt hat, zum einen, wie schnell sich was wandeln kann vom Helden, vom, vom Hero zum, äh. Hero to Zero. Zum, zum, zum Oberschurke. Äh, wie, 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 wie einfach es auch gehen kann, in solche Bereiche einzudringen und wie schnell sich die Presse auf solche Menschen dann auch stürzt und denen das Leben eigentlich völlig niedermachen kann oder auch völlig, ja, das, das... Darf ich hier mal noch kurz einen Satz einhaken? Ähm, ich fand's auch, äh, also das war ja damals in Anführungszeichen nur die Presse und das Fernsehen. Äh, überleg mal heute, wie das wäre mit Social Media, wie schnell da die Leute verbrannt wären. Boah. Richtig, richtig. Deswegen, also heutzutage, auf Gottes Willen, äh, und es ist halt, man hat, ich will jetzt nicht sagen, es ist so typisch Amerika, aber es ist, äh, ganz schnell, man schießt sehr schnell in alle Richtungen und, ja, es trifft halt in dem Fall auch einfache Menschen, die eigentlich nichts Böses im Sinn hatten und auch eigentlich nur helfen wollten. Und auch wenn man sieht, die ganze Zeit, wie, äh, Richard Jewell da sogar die noch unterstützt, die eine Szene aus dem Trailer auch nochmal zu nennen mit dem, ja, sagen sie mal, in 30 Minuten explodiert die Bombe und jetzt sagen sie es mal nochmal, jetzt sagen sie es mal nochmal, sprechen es mal hier auf den Anrufbeantworter drauf und blibblablub. Also, die ganzen Ermittlungsmethoden und so, was da, was da lief, was da auch nicht ganz rechtens lief und ich, ich glaube das in dem Fall, dass es zum größten Teil auch wirklich stimmt, weil, so wie wir jetzt, das von Clint Eastwood, wenn der Film im Macht gewohnt sind, die sind sehr detailliert und die sind sehr genau, was solche Sachen angeht. Und das ist, ja, es ist eine brutal interessante Geschichte gewesen, also der Film geht auch über zwei Stunden, ich weiß noch, am Anfang des Films habe ich noch zum Erik gemeint, so, ho, der geht auch jetzt so lang oder als es dann rauskommt, der Erik meinte, boah, schon wieder so ein Zwei-Stunden-Brett. Ey, ich habe nicht einmal auf mein Handy geschaut während dem Film und das will echt was heißen. Also ich habe, jetzt hast du die ganze Zeit echt dran, weil die Geschichte echt toll erzählt ist, was super eingefangen ist, einfach die ganzen Stadien, wie es der Mutter geht dabei, wie die eigentlich am Rande des Zusammenbruchs die ganze Zeit rumläuft, wie gefühlt der, der Richard das gar nicht alles so erfasst, worum es da eigentlich geht. Aber im Endeffekt bricht es dann doch irgendwann auch mal aus ihm raus. Sein Anwalt ist Sam Rockwell als, äh, grandios, also. Ich mag den. Ich kann, da kann spielen, was er will. Irgendwie hat er eine gute, gute Rollenauswahl. Ja, aber das war auch, also das war wirklich so genial auch teilweise was, was der da gemacht hat. Und wie gesagt, ich hatte von dem Film den Trailer gesehen, habe gesagt, oh, das könnte ein ganz interessantes Ding werden. Äh, ist tatsächlich mehr wie ein interessantes Ding. Es ist ein Film, den man sich wirklich anschauen sollte. Ja, Kathy Bates ist nominiert für einen Oscar als beste Nebendachstellerin. Für den Film? Ja, für diesen Film. Leider, ähm, Sam Rockwell nicht. Der hat es meiner Ansicht nach eher auch verdient gehabt. Also, jetzt nicht nur, weil ich den persönlich mag, aber, ähm, die Rolle war einfach auch großartig angelegt. Aber, ähm, ist halt schwer, wenn Scorsese da einen Netflix-Film rausbringt mit lauter männlichen Nebendarstellern und, äh, Tarantino in demselben Jahr auch noch einen hat, ähm, das ist halt schwer, dann gegen Brad Pitt, Joe Pesci, Al Pacino, Anthony Hopkins und Tom Hanks anzugehen. Ähm, das ist dann, ja, hm, obwohl, ich sag mal so, gegen Joe Pesci in Irishman fand ich jetzt, ähm, Sam Rockwell hier besser als Joe Pesci in Irishman, äh, in Irishman, ja. Ja, ach, das war ein großartiger Film. Ich fand's auch stark, die haben ja auch, oder, äh, Clint Eastwood hat auch immer wieder Originalaufnahmen reingespielt, äh, auch, auch übers Fernsehen dann. Und das war, also auch da die Rollenauswahl und alles, wie sie die hergerichtet haben, brutal gut. Also richtig, richtig gut. Und, äh, es gibt da noch, ich bin da noch über einen Artikel gestolpert vom Spiegel Online, Spiegelgeschichte, äh, der heißt, der Held von Atlanta ist von 2007. Mit der Überschrift gefeiert, gejagt, gebrochen. Und ich glaub, das trifft's echt ganz arg gut. Mhm. Das ist fast echt perfekt zusammen. Ich hab mich da auch noch ein bisschen reingelesen dann, das, ähm, der Film hat ja einiges ein bisschen verkürzt, also es ging halt leider noch sehr, sehr lang. Und der, das war jetzt nicht nur ein, irgendwie mehrere, es hat sich echt lang gezogen und auch viele, viele Zeitungen verklagt und sowas. Und mit manchen hat er sich geeinigt, mit manchen nicht und so. Ja. Das war schon echt, echt krass, was da so abgeht, ne. Und er hat halt, ich fand's so starke Szenen, ne, die dann auch so, so rauskamen dann von, von ihm, wenn's dann doch mal so durchgeblitzt hat, dass er eben doch nicht nur so der einfache Mensch ist, ne. Ja, ja, klar. Ich seh, hier einfach nur aus dem Artikel ganz kurz raus, hey, das FBI beschuldigte ihn zwar nie formell, durchsuchte aber vor laufenden Kameras die Wohnung seiner Mutter, bei der er lebte, und konfiszierte ihre Tupperware-Sammlung. Steht da drin, oder was? Steht in dem Artikel drin, das ist also auch ein Fakt. Ja. Das ist einfach echt krass. Also, deswegen, das sind so so kleine Sachen, wo man denkt, okay, ja, vielleicht übertreiben sie da. Ne, scheinbar nicht. Ja, das haben sie auch schön dargestellt gehabt in dem Film. Aber das, hey, wenn du das überlegst, wie die da, mit was für Ressourcen die da quasi in einem Gespenst nachjagen, wo sie denken, das ist es, ja, wenn du überlegst, dann irgendwie, ja, gut. Ja, was auch im Film nicht drin war, weil du sagst, verkürzt, von den Verletzten haben zwei Stück Zivilklage auch erhoben gegen Jewel. Ah, okay. Krass. Also, pfuh. Und dass hinten raus Jewel auch die Medien wegen Verleumdung verklagt hat. Das meinte ich ja gerade. Ja. Mit denen, manchen hat er sich dann geeinigt und, ja, manchen halt dann nicht, aber, ach, das war schon echt ein wahnsinnig guter Film. Das hätte ich auch so nicht gedacht, wo das so losging und, ähm, am Anfang ging es mir halt so ein bisschen auf die Nerven der Typ. Ich dachte, wohin will der Film jetzt eigentlich, ne, und dann, dann, also ich hatte von dem Film gar nichts gehört. Das war so eine typische Sneak Preview, ne. Also wirklich, das war auch ganz gut so. Aber ich glaube, sonst hätte ich vielleicht vorher schon ein bisschen was gelesen gehabt und gedacht, ja, okay, so und so. Jetzt warte ich mal auf die Szene oder auf das, ne, aber das war halt, boah, wahnsinnig. Ja. Jo, ähm, OV hat man es ja. Ja, also Originalversion, da musste ich mir am Anfang ein bisschen reinhören. Das war diesmal ein bisschen komplizierter. War ein bisschen tricky, ja. Aber wie war es mit den Waffen? Wir in Georgia. Ja. Wir haben ja, wir haben ja ein Büro in Phoenix, ähm, und. In Arizona. Ja, und da ist es, äh, da ist es ja nochmal extremer. Das schicken manchmal so Kollegen, die da mal drüben sind, schicken so, so Fotos, wenn dann irgendwelche auf dem Motorrad sitzen, ja, und dann guckt hinten so die, die Knarre hinten aus der Hose raus, weißt du, so werden da, oder so eine Dinger da. Oder irgendwelche haben so richtige, wie die Polizei, die hat doch so Halterungen für ihre Pumpguns, äh, in der Mitte. Ja. So was haben da Privatleute, was ist da los, ey? Naja, ähm, schon, schon ein extrem guter Film. Also, wann startet der eigentlich jetzt? Ich wollte gerade mal gucken. Wann startet der eigentlich in Deutschland? Ich glaube, jetzt auch irgendwann im Februar, ne? Kam aber übrigens, um die Zeit kurz zu überprüfen, nicht komplett gut an. Also, die schlechteste Bewertung ist vier, dann gibt es zweimal fünf. Du, da war ja bei dem Französischen... Aber dann ab sieben aufwärts wird es massiver, also. Ich weiß nicht, ob da manche abstimmen, die es überhaupt nicht gesehen haben, weil da war ja letztens bei dem, ich höre bei dem französischen Film hier, äh, Intrige, da waren ja auch alle, gut, da gab es eine, da hat es drei gegeben oder so. Also, also, so, filmstarts.de sagt, der Film startet gar nicht. Steht nämlich kein Datum da. Ähm, das ist ja komisch hier. Finden wir das noch irgendwie raus? Der, der Fall Richard Joule. Kinostart. Kinostart. Gut, wie vorbereitet es denn, ne? Ja, wenn, wenn die Quellen, die wir sonst nutzen, ähm, da irgendwie nichts Gescheites abgeben. Und die Kate sagt auch nichts, die könnte ja mal in Ruhe gucken. Also in den USA kam er wohl am 13., am 7. Februar. Ne, ne, nicht, vergess es wieder. Ich finde aber auch nichts. 19.3. steht hier für Deutschland. 19.3. Wo hast du das gefunden? Bei Kinozeit.de. Ich habe es bei Filmstarts gefunden. Bei Filmstarts war ich auf der Seite drauf, direkt von dem, aber da kam es nicht. Egal. Also 19.3. Ist also noch weit über einen Monat hin. Merkt den euch aber bitte vor. Ihr wisst ja, wenn ihr Oscar-Kandidaten schauen wollt, müsst ihr den sowieso mitnehmen wegen Kathy Bates und da lohnt sich echt der Film. Guckt den an. Also von mir bekommt der 9 von 10 Punkten. Hat mich wirklich voll und ganz begeistert. Den werde ich auch sogar nochmal gucken. Und ja, auf jeden Fall. Bei dir, Chris, punktemäßig? Ich gebe ihm 8. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, wo ich da abziehe, aber ich gebe ihm 8. Also er hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ich weiß, warum. Toller Film. Weil Anna de Amas nicht dabei war. Ja, aber Olivia Wild war dabei. Ah ja. Aber ja. Ich glaube, mit Anna de Amas wäre es ein 10-Punkte-Film. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Die war ja, die ist so überhaupt zur Zeit gerade in allen möglichen Filmen irgendwie zu sehen. Kann das sein? Also seitdem sie damals hier bei Blade Runner irgendwie da drin war, ne? War es dann irgendwie die Informer, Knives Out. Im neuen James Bond. Im neuen Bond ist sie dabei. Genau. Naja, warten wir mal ab. Wir gucken mal, was morgen eventuell kommen könnte. Wie lautet denn da der Hinweis, Chris? Das wäre dann die Sneak Nummer 1037 am 27. Januar 2020. Und der Tipp lautet Prove it. Ah und Kate, schon irgendwas eingegangen? Ja, zwei Tipps. Einmal Just Mercy. Habe ich kurz nachgelesen, um was es da geht. Da geht es um einen Anwalt, der einen möglichen Mordverdächtigen vertreten soll. Ist wohl eine Biografie, habe ich jetzt noch nicht ganz so viel drüber gelesen, aber es geht um Walter McMillan, gespielt von Jamie Foxx, dem ein grausamer Mord zulastgelegt wird. Und Michael B. Jordan vertritt ihn als sein Anwalt, Brian Stevenson. Klingt ganz cool und passt zu Prove it. Zwei Stunden 17 schon wieder. Aber es würde zu Prove it passen. Und du hast noch getippt Bombshell. Auch der würde wieder passen zu Prove it. Ja. Man muss halt alles erstmal beweisen können. Tja, mal gucken. Mal schauen, was uns da morgen erwartet. Falls ihr jetzt gerade die Sendung hört, die erscheint ja am Sonntagnachmittag, Schrägstrich Abend. Und ihr sagt, nee, Moment mal, ich habe hier in der Sneak den und den Film gesehen, dann der könnte viel besser passen auf den Tipp. Dann schreibt den mal in der Metropol Sneak Facebook-Gruppe. Würden wir uns sehr freuen. Ja, macht mal, weil die bisherigen Tipps sind, glaube ich, nicht so. Ach, Mann. Mal gucken. Hast Prove it, hätte ich echt Bock. Der Trailer ist ja geil. Wir kommen mal weiter zu einem weiteren Oscar-nominierten Film. Nominiert für nicht weniger als sechs verschiedene Oscars ist der Film Marriage Story, der auf Netflix erschienen ist. Der muss ja dann auch irgendwie mal ein paar Tage im Kino gelaufen sein, wahrscheinlich in den USA, damit er für den Oscars zugelassen ist. Es geht auch zwei Stunden, 17 Minuten, ja, wie jetzt wahrscheinlich irgendwie alle Filme, die hier irgendwie zur Zeit gerade erscheinen. Irgendwie kommt man nicht mehr umhin, seine ganze Freizeit um die Filme rum zu planen und kann da nicht mal irgendwie so zwischendurch mal eingucken. Der Film ist gedreht von Noah Baumbach. Hauptrolle spielt Adam Driver, den haben wir zuletzt in Star Wars gesehen und davor hier in Black Clansman zum Beispiel. Scarlett Johansson spielt noch mit. Dann Julia Greer. Und, ähm, wie heißt der Mann, ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Ah, finde ich gerade den Namen nicht. Ähm, also auf jeden Fall ist es eine, ja, keine Beziehungsgeschichte in dem Sinn, sondern eher das Ende einer Beziehungsgeschichte, um es mal so zu sagen. Ähm, wir erfahren kurz, wie Adam Driver und Scarlett Johansson sich irgendwie, ja, ja, nicht kennengelernt, aber wie sie in ihrer Beziehung so sind, wie alles gut läuft. Und dann macht der Film relativ schnell so einen Schnitt und dann sieht man, ähm, dass das, was wir jetzt gerade gesehen haben, eher so Erinnerungen sind, die sie sich aufgeschrieben haben, um bei so einer Art Mediation, also irgendeiner, ja, wie nennt sich das, ähm, also wenn man es nochmal versucht, so Heiratsberatung oder Beziehungsberatung. Heiratsberatung. 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 Ja, genau, Heiratsberatung. Ja, also quasi bevor man sich scheiden lässt, das nochmal so verzogen und so. Und da sieht man aber schon, die zwei sind schon ganz schön in zwei. Das Problem ist nur, sie haben auch einen kleinen Sohn, der Henry, wird gespielt von A.G. Robertson. Und, ähm, wie immer in solchen Beziehungen, wenn dann Kinder im Spiel sind und die Beziehungen gehen auseinander, das ist alles immer sehr, sehr schwierig. Dazu kommt es hier noch, dass wir uns in Amerika befinden, wo ja, also in Deutschland ist es ja schon so, dass Scheidungen, wenn die zum Anwalt getragen werden, dann sieht er schon so die Dollarzeichen, weil, ähm, da ist natürlich der Streitwert immer sehr, sehr hoch. Und in Deutschland gibt es ja die, die Prago, die Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung und so. Da wird ja nach dem Streitwert auch abgerechnet und da verdienen die richtig gut dabei, die Scheidungsanwälte. Weil hier in den USA ist natürlich eine ganze Spur schärfer und, ähm, es kommt noch mit dazu, dass alles nicht sehr einfach ist. Also Adam Driver arbeitet am Broadway als Regisseur für Theaterstücke. Scarlett Johansson spielt quasi mehr oder weniger so ein bisschen sich selbst. Also sie hat mal, äh, diverse Filmrollen gehabt und war da bekannt. Und ist dann aber wegen ihrem Freund und späteren Mann Adam Driver nach New York mitgegangen und, ähm, tritt da auch in so diversen Theaterstücken als, als Schauspielerin auf. Und, äh, irgendwann haben sie den gemeinsamen Sohn bekommen. Die Familie von Scarlett Johansson lebt aber in L.A. und, ähm, während dieser Scheidungsphase bekommt sie ein Angebot für eine, für eine Serie, für einen Piloten erst mal. Und, ähm, geht mit dem Sohn nach L.A. zu ihrer Mutter. Und das verkompliziert das Ganze ein bisschen, weil in dem Moment wird dann die Scheidung eingereicht, äh, auf, äh, ja, in L.A. quasi. Und Adam Driver muss halt dann immer rüberfliegen, um da irgendwas zu klären. Man versucht das dann irgendwie nochmal rüberzuholen nach New York, den Fall. Aber das ist alles ganz, ganz schwierig und, weil dann auch, äh, ja, da, da fallen dann auch wirklich fast alle Hüllen. Und in dem Moment, ähm, wo dann Scarlett Johansson sich eine, ähm, eine Anwältin nimmt, eben gespielt von Julia Greer. Ähm, wie ist das überhaupt Julia Greer? Moment. Nee, Quatsch, das sehe ich gar nicht. Ähm, Moment, ich find's gleich raus. Ähm, die ist nämlich auch Oscar-nominiert. Laura Dern. Genau, Laura Dern ist ihre Anwältin. Und die sieht natürlich sofort, äh, die Dollarzeichen. Das ist auch, die ist in der Branche schon bekannt als ganz scharfe, scharfe Hündin, die sich da in solche Sachen reinbeißt. Und dann wird's echt schmutzig. Das wird dann ein richtiger Rosenkrieg. Und den Anwalt von, äh, ihm, von Adam Driver spielt dann Alan Alda. Den kennt man, glaub ich, zum Beispiel aus der Serien Mesh oder so hat er früher mitgespielt und in diversen anderen Serien. Ähm, und das ist wirklich, äh, das schlittert immer so weiter ab und man sieht, die zwei haben sich mal irgendwie gut verstanden. Da gibt's dann auch wieder so Szenen, wenn die sich begegnen, wo, ja, wo irgendwie alles so ein bisschen in Ordnung scheint und es könnte wieder funktionieren. Genau, aber dann passieren doch wieder Sachen, äh, wo sie sich wirklich total zerfleischen. Und, ähm, dann ist es auch so, dass irgendwie nur, gefühlt nur die Anwälte miteinander reden. Und jeder redet auch mit seinem Anwalt und, ähm, erzählt dort Dinge, die wiederum Munition sein könnten für den Fall. Und dann bringen die Anwälte das wieder vor in der nächsten Diskussion. Also, sie versuchen es am Anfang ja noch außergerichtlich. Und, ach, das, ähm, das ist alles extrem zermürbend, dieses Ganze, diese Darstellung. Aber auch wahnsinnig gut gespielt. Und, das ist natürlich kein einfaches Thema. Das ist jetzt nicht so ein Allerweltsthema, dass man sich jetzt mal so, so ranwagt, wo man sagt, ja, da kann man mal einen Film abdrehen. Ja, wird dann schon erfolgreich werden und so. So eine, so eine typische Geschichte. Sondern, das ist ja wirklich so ein Film mit einem sehr schweren Thema, ähm, was man nicht einfach mal so runterdrehen kann. Und deswegen größter Respekt vor der, vor der Regisseur, äh, ist das eine Regisseurin oder Regisseur? Noah könnte ein Mann sein. Ja, ist ein Mann. Ähm, größten Respekt vor dem Regisseur. Also wirklich so ein heißes Eisen da anzupacken und das auch so darzustellen und auch, was es dann für Auswirkungen nimmt. Also es schlittert immer weiter abwärts und, ja, auf jeden Fall sehenswert. Gerade auch wegen der schauspielerischen Performance von den beiden. Auf jeden Fall Scarlett Johansson, Adam Driver und auch Oscar-nominiert ist ja Laura Dern. Ich gucke gerade mal noch, wer ja noch alles für was nominiert war. Ist auch als bester Film. Adam Driver als bester Darsteller. Scarlett Johansson, beste Darstellerin, beste Nebendarstellerin, Laura Dern, hatte ich schon erwähnt. Ähm, bestes, äh, bestes Drehbuch, äh, Noah Baumbach. Bester Score, Randy Newman. Ähm, ja, das waren so die... Und es gibt's auf Netflix, das heißt, wer Netflix hat, kann das sicher mal angucken. Damit hat Netflix eigentlich schon zwei richtig, ähm, häufig nominierte Filme im Portfolio. Jetzt für die Oscar, für die Oscars, also zum einen mit The Irishman und Marriage Story. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Hat was, ja. Ja, also für mich, ach so, Punkte noch, äh, 8,5. Oh. Also nicht rein thematisch und ich glaube, ich habe auch keinen Bock, den Film nochmal zu sehen, weil das ist definitiv das Gegenteil von einem Feelgood-Movie, also der, der zieht einen so schrittweise immer weiter runter und, aber es ist sehr sehenswert. Sehr sehenswert. Ja, super. Ja. Ich dachte, wir schauen nur noch Feelgood-Movies, weil... Ich weiß nicht, aber es ist, äh, so als Date-Movie würde ich abraten. Äh, wenn du sagst, hey, hier, ja, hübsche junge Frau oder, äh, weiß nicht, was ja auch immer, komm jetzt mal nach Hause, ich habe Netflix, komm, lass uns hier Netflix in Chill machen hier und, hey, Mensch, sorry, klingt doch super mit Adam Driver und Scarlett Johansson, das Bild sieht auch nett aus, komm, lass uns das gucken. Geil besetzt, hey, mega. Lass uns das gucken. Äh, nein, würde ich abraten. Guter Tipp, ähm, nicht anmachen, also dann im Date, ja. Ähm, ja, ihr habt auch noch ein bisschen was geguckt, zu dem einen Film kann ich auch was sagen, den habe ich auch schon mehrfach gesehen. Mehrfach? Ja, naja, hör mal. Welchen mehrfach? Kann ja nur der eine sein. Den, den ihr beide drin habt. Also, Pokémon-Meisterdirektiv Pikachu, ich meine, den hatten wir ja schon mal in der Sendung, läuft gerade auf Sky und, ja, das heißt, wir haben uns auch mal gesehen. Anton, genau. Anton. Die Geschichte sollte inzwischen bekannt sein, äh, Menschen und Pokémon leben zusammen, ähm, wie immer kommt irgendwas dazwischen, es kommt in dem Fall dazwischen, dass, äh, äh, ein Bösewicht irgendwas gegen die Pokémon hat und dann eben Pikachu als Detektiv zusammen äh, mit einem 21-jährigen Jungen, äh, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt, äh, umherzieht, um eben diesen Fall zu lösen. Hieß ja nicht Tim. Korrekt, korrekt zusammengefasst, ich weiß nicht mehr, ich, so viel ist nicht hängen geblieben, das siehst du mal. Ach, ich fand den süß. Ja, der Film war süß, definitiv. Story-technisch, ja, ähm, das ein oder andere Loophole war definitiv drin und ich denke, für Kids ist er auf jeden Fall was, äh, war, war schon nette Unterhaltung, aber mehr brauche ich, also ich weiß nicht, ob ich den nochmal sehen muss. Äh, ich würde allerdings interessieren, ob er als Grundlage dienen könnte für andere Pokémon-Filme und das könnte ich mir wiederum ganz gut vorstellen. Kate, wie siehst du das? Äh, ich fand den besser, also witzigerweise, ich habe ihn schlechter bewertet als du, aber ich fand ihn besser als du. Ich fand den, also mir ist von der Story relativ viel hängen geblieben, ähm, ich fand die Darstellung der Pokémon auch echt gut, also die, zum Beispiel jetzt Pikachu sah halt extrem flauschig aus mit Fell und der Schlurp mit seiner glibberigen Zunge, ich finde, das war extrem gut. dargestellt, ich fand es gut, animiert, ähm, die Story war ja gut, es ist halt, ja, für Erwachsene, die kommen relativ schnell dahinter, um was es da geht, ja, und wo da, wer da, wo dahinter steckt und wer da mit, mit, äh, im Boot hockt und wer nicht, ähm, ich habe das relativ schnell durchschaut, ähm, und von daher, aber es war trotzdem süß. Also, ich glaube, ich würde ihn nochmal gucken, wenn er mal kommt, aber, und ja, er könnte wahrscheinlich auch ein guter Aufhänger für weitere Pokémon-Filme sein, aber das ist dann halt halt wirklich für die jüngere Generation, also ich bin da gar nicht zu alt für, da müsste mehr passieren. Schöner Familienfilm, finde ich. Ja, ja. Ja, ja, Familienfilm. Mein Hund hat er gefallen, keine Ahnung. Und das war ja auch der, der Film, der hat ja dazu geführt, dass der Remi, also mein Sohn, der wollte ja unbedingt einen Antón haben, deswegen sind wir ja auf der Gamescom rumgerannt und haben geguckt, ob es irgendeine Antons kaufen gibt. Die Antons. Du kannst dich erinnern. Oh ja. Ich frage mich schon, was suchen wir dieses Jahr auf der Gamescom? Da gab es nur einen Stand, die irgendwie so eine Handvoll Antons hatten und wahnsinnig viel Geld, da muss ich natürlich nehmen. Und er hat sich wahnsinnig gefreut darüber, oder? Das stimmt, ja. Sitzt jetzt noch da oben rum, ja. Die strahlenden Kinderaugen, das war es doch wert. Ja, definitiv. Ja, ist ein süßer Film. Ich habe den jetzt auch schon wieder mal geschaut gehabt, ich finde den schön. Wir haben den ja auf Diske hier. Der kommt jetzt auf Sky Cinema. Ja, habe ich gestern gesehen, da stand eine Ankündigung drin, 2015. Genau, deswegen haben wir den auch gesehen. Ich habe On Demand angemacht, um zu gucken, was so kommt. Und dann kam es gleich als Highlight der Woche. Genau, also ich gebe ihm 6,5 von 10, weil, ja, ein bisschen flache Story. Aber insgesamt ein ganz süßer Film. Ich weiß gar nicht, wer war ich da, weil es gegeben hat. Ich gucke gerade mal. Oh, wir haben am 2. Juni haben wir drüber gesprochen. Da war der Hauptfilm war Tolkien. Und ich habe 2, 4, 6, 6,5 habe ich auch gegeben, ja. Ja, guck mal. Passt. So, hier steht noch einer drin. Ja. Ist es der, 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 der alte Horror-Schinken da, der Slasher? Nee. Nee. Nee? Es soll angeblich ein Horrorfilm sein, aber es ist weniger Horror, es ist mehr Thriller. Und zwar, der alte, oder gibt es da ein Remake? Nee, der jetzige. Ich weiß nicht, ob es ein Remake ist, ich glaube nicht. Ja, klar. Ich kenne den alten nicht. Kennen Sie nicht? Oh, der war jahrelang sogar verboten. Nee, 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 also so, wenn er verboten ist, kann er nicht, das kann er nicht sein, weil so schlimm ist er nicht. War das nicht der? Bring ich was durcheinander? Kann ich jetzt mal erzählen, um was es geht, dann weißt du es vielleicht. Die Klasse von 84 hieß der, genau, ich bring's gerade durcheinander. Ah, also, der Netflix-Film Summer of 84, also, im Sommer 84 sind, äh, ein paar Jugendliche namens Davy, Woody, Eats und Curtis beste Freunde. Die verbringen den Sommer zusammen, äh, gehen in ihr Baumhaus, gehen auf die Bowlingbahn und die machen alles, was man in einem schlafenen Vorort, äh, schon so machen kann. Und das halt, 84, da gab's halt noch nicht so wirklich viel, was man machen konnte. So, ähm, allerdings gibt es in der näheren Umgebung des kleinen Städtchens, Ipswich heißt die Stadt, ähm, mehrere Kinder, die verschwinden. Immer mehr, immer mehr Kinder verschwinden. Und, äh, bis jetzt aus ihrer... Hat das mit einem Clown zu tun? Entschuldigung, ich muss reinfragen. Hat das mit einem... Nein, nein. So, ähm, außer aus ihrer Stadt, aus ihrer Stadt, ist noch niemand entführt worden, also noch kein Kind verschwunden. Und, ähm, das... Die Jungs sind dann der Meinung, sie haben da schon einen Verdächtigen. Denn einer der Nachbarn, ein alleinstehender Polizist namens Wayne Mackey, gespielt von Rich Sommer, ähm, ist nicht so ganz astrein. Also die Kids sind zumindest der Meinung, der ist nicht ganz astrein, der ist seltsam und gruselig und, äh, dem würden sie das zutrauen. Und, ähm, um eben herauszufinden, ob er das sein könnte, ähm, machen sie sich auf eigene Faust auf und ermitteln gegen den vermeintlichen Schlechter von Kate May. So wird der nämlich in den Schlagzeilen genannt. Und da sie sich ja sicher sind, dass es der Mackey ist, ähm, verfolgen sie den. Also sie machen so einen richtigen Tagesablauf und, äh, verfolgen den auf ihren Fahrrädern und versuchen herauszufinden, was in seinem Haus vorgeht. Ähm, Problem an der ganzen Sache ist, dass sie ganz schnell in was reingeraten, wo sie besser die Nase rausgehalten hätten. Denn, ähm, ohne jetzt zu sagen, ob der Mackey da wirklich mit drin hängt oder nicht, sie kommen jemandem auf die Spur und der findet es gar nicht geil. Und dementsprechend, ähm, kommen sie da ganz schnell, äh, in ein gefährliches Spiel um Leben und Tod. Wo vielleicht auch nicht alle vier wieder rauskommen. Und das ist für so ein, so ein Coming-of-Age 80er-Jahre-Film mit 16-jährigen, 15-jährigen Teenagern relativ brutal, äh, der Film. Ich fand den erstaunlich gut. Ich hab am Anfang gedacht, ach ja, 15-Jährige, die die ganze Zeit nur Titten sehen wollen von Nachbarsmädchen, ja, so. Und irgendwelche Heftchen in der Bibliothek klauen, Hauptsache irgendwas ist nackt. Vielleicht am Anfang hab ich gedacht so, äh. Und dann geht's aber an diese Detektiv-Story ran und an diese, dieses, äh, verfolgen dieses gruseligen Nachbarn. Und, ähm, die vier sind total sympathisch. Also ich mag die. Also der Davy ist der Hauptdarsteller, also quasi der Hauptdarsteller von den Vieren, ähm, zusammen mit Woody. Und die sind halt so eine total verrückte Clique. Also der Normalo, der etwas außenstehende Dickere, dann ein, ein totaler, so Außenseiter mit, mit so Grunge-Look und einer, der so ein bisschen Brille und ständig krank und, äh, so ein Inhalator. So die typische Coming-of-Age-Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Hat das mit einem Clown zu tun? Nein, das ist ab, witzigerweise, ich hab mich an, ich hab mich an, wirklich mehrere Filme erinnert gefühlt, wie zum Beispiel Disturbia, nur ohne Hausarrest und, ähm, an, ja, äh, wie heißt dieser eine Film? Oh, einer meiner Hilingsfilme. Stand. Stand by me. Und, äh, an solche Filme hab ich mich erinnert gefühlt und ich fand den wirklich gut, ich fand den spannend bis zum Schluss, ähm, wo du, du denkst kurz, okay, jetzt ist der Film vorbei, aber ist er noch nicht, weil da kommt noch was und ich fand den wirklich spannend, ich kann's gar nicht anders in Worte fassen, ähm, man muss diese Art Film mögen, ganz klar, ähm, aber es, also ich bin der Meinung, man kann's mal klicken, es macht Spaß anzugucken, es ist spannend und gruselig, bisschen gruselig, bisschen cool. Und wo gibt's den? äh, Auf Netflix, okay. Ja. Was witzige ist, und ich gebe ihm acht von zehn Punkten. Oh, wow. Witzige ist, dieser Font hier auf dem Poster, sieht nämlich genauso aus wie bei die Klasse von 84. Äh, das Witzige ist ja, dass, ähm, der Film wird als Horrorfilm deklariert, es ist er aber nicht, er ist eher so, äh, ein bisschen gruseliger, gruseliger Thriller. Also auch wenn man, also wenn man hier auf Filmstarts das Poster anguckt, da ist auch im Hintergrund so ein Totenschädel und es sieht alles so gruselig aus mit ihren Taschenlampen, aber so ist es eigentlich gar nicht. Ich find's gar nicht so gruselig. Also sucht Netflix nach Stranger Things jetzt so dieses 80er Ding irgendwie weiterzureiten? Ja, aber nicht ganz so extrem wie bei Stranger Things. Solltest du 84 spielen? Ja, ne? Ja, im Sommer von 84. Also ich find, was das Einzige, was halt da ist, dass sie halt, ähm, mit so, ähm, alten Walkie-Talkies sich immer unterhalten und, ähm, halt, ja, das typische Sommer, amerikanischen Jugendsommer. Sie treffen sich auch jeden Abend mit den, mit den Kumpels und der gehalben Schule gefühlt und spielen, äh, Fange mit Taschenlampern. Und das ist halt, so stelle ich mir das echt in so einer kleinen amerikanischen Vorstadt vor. Damals, 84, wo du halt kein Handy hattest und keine Spielekonsolen und da die ganze Zeit rumgedaddelt hast, sondern du bist halt Boden spielen gegangen und hast dich im Baumhaus mit deinem Club getroffen und das kam schon realistisch rüber. Ich find, ähm, äh, Stranger Things hat es halt ja nochmal noch auf eine, eine Spur höher getragen, weil die halt ein viel größeres Setting hatten und da halt mit der, mit der Mall und allem halt auch entsprechend dieses 80s-Feeling nochmal rüberbringen konnten. Ich vergesse, also ich hab ein bisschen öfter mal vergessen, dass das eigentlich im Jahre 84 spielen soll, ähm, der Film, aber trotz allem hab ich mich gut unterhalten gefühlt und die vier Jungs und die vier Jungs sind süß. Ja. Haben die gut gespielt. Gut. Ja, vielleicht werfe ich doch mal einen Blick rein. ich kenn, also wie gesagt, die, dieser andere Film hat mit dem offensichtlich nichts zu tun. Ich glaub nicht. in dem anderen Film, Chris, vielleicht für dich geht's um Lehre an so einer Schule, wo so eine, so eine Punk-Gang so irgendwie das Sagen hat und ein Lehrer entscheidet sich mal ohne Waffen zur Schule zu kommen, ja, und es mal im Guten zu versuchen, das geht irgendwie völlig schief und so. Okay. Klingt sehr realistisch, ja. Ja, ist aber einer der Kultfilme der 80er, aber gut. Also, Summer of 84 auf Netflix ebenfalls nicht für Oscars nominiert, hab ich gecheckt, gerade. Überraschend. Aber wir können ja mal einen Blick reinwerfen, ob uns da irgendwas cooles auffällt bei den Oscar-Nominierungen. Ich hab euch den Link mal mit ins Dokument gepostet, auf die rechte Seite da. Oh, ich hab mal anderen Link, glaub ich. Ja, da werden dieselben Nominierungen stehen. Ach, Wikipedia. Ja, dann hab ich auch Wikipedia. Ich hab auch Wikipedia auch. Ja. So, wir können ja mal kurz durchgucken. Also, beim besten Film fangen wir an. Also, Ford vs. Ferrari hat man sogar in der Sneak. Joker hat man in der Sneak. 1917 hat man in der Sneak. Und Parasite, also vier. Vier Filme von den neun sind es, glaube ich, immer zwei, vier, sechs, acht, neun. Vier Filme von den neun hatten wir in der Metropol-Sneak. Das ist der Hammer dieses Jahr. Also, das ist echt gut. Das ist verdammt gute Quote, ja. Das ist richtig, richtig gut. Ich mein, die Nominierungen, die sind ja noch nicht so lange raus. Es war jetzt nicht so, dass die Leute im Kino gesagt haben, ah, hier gibt's den und den Film und der ist Oscar-Nominierter, nehmen wir mal den. Sondern, das war ja teilweise nur so Sichtungen, so, ja, der ist gut, den nehmen wir mal rein oder so. Was uns jetzt noch fehlt oder euch jetzt noch fehlt, ist die Irishman. Den hab ich ja gesehen. Jojo Rabbit fehlt noch. Ach, den werd ich ja nicht sehen. Jojo Rabbit soll super sein. Der soll genial sein. Absolut genial soll der sein. Little Woman sagt mir irgendwie gar nix. Amy Pascal. Das ist schon mit Emma Watson. Ja, sagt mir aber irgendwie nix. Ja, Once Upon a Time in Hollywood, den hab ich ja gesehen, das ist einer meiner Enttäuschungen des Jahres gewesen. Weiß ich nicht, ob ihr da euch rantraut und Marriage Story habt ihr auch noch nicht. Dann, bester, best Director, bester Regisseur, Irishman, Scorsese, Joker, Todd Phillips, Sam Mendes, 1917 und Tarantino für Once Upon a Time Hollywood und Bong Joon-Ho für Parasite. Bong Joon-Ho. Also das wird auch... Schwierig. Also ich könnte mich da nicht entscheiden. Also ich sag mal so, wenn da Once Upon a Time Hollywood gewinnt, das ist für mich dann genauso wie äh, wie dieser Film mit dem, wo die diesen Fisch gebumst hat da, also... das kann ich dann wirklich nicht... Aquaman. Shape of Water hier. Also das kann ich dann nicht nachvollziehen. Nicht verstehen. Nee. Weil, okay, regietechnisch, ja, okay, also Regie würde ich ihm vielleicht sogar zugestehen, aber der Film als bester Film, das geht für mich gar nicht. Ich bin immer noch dafür, dass bester Film Joker wird. Ja, bei der lief schon wieder zu früh an. Das ist immer, du hast glaube ich so ein bisschen das Zeitfenster verpasst. bei... Du musst eigentlich relativ kurz vor den Oscars, dass es noch so ein bisschen frisch ist und so. Ich glaube, da hat so 1917 und so der wahrscheinlich... Jojo Rabbit ist ja jetzt auch erst angelaufen, ne? Genau, das könnten so... Na, wenn die da so einen Bass bekommen, ne? Ja, weil ich meine Joker mit elf Nominierungen am Start sind die meisten Nominierungen von allen anderen und du bist direkt gefreut von 1917. Ich glaube, dass die zwei Filme das Rennen machen werden dieses Jahr. Man darf nicht so sehr nach der Anzahl der Nominierungen gehen. Da gab es ja... Welcher Film war das letztes Jahr, der so viele hatte und dann eigentlich kaum was gekriegt hat? Also da... Das ist immer... Ja, muss ein bisschen gucken, wie wird so angenommen, wie ist so die Tendenz und so. Häufig ist ja dann auch so, wenn es irgendwie schon zu sicher geglaubt wird, dann sagt dann die Academy dann auch schnell, wenn die anderen jetzt alle für Joker stimmen oder so, dann gebe ich mal meine Stimme jemand anders und es ist ja so, es gewinnt ja nicht der mit den meisten Stimmen für den... Sondern das ist ja so eine Mischwertung, ja. Also es gewinnt eigentlich der, der die meisten Stimmen bekommen hat im Mittelfeld plus ein paar Stimmen aus den besten Wertungen. Naja. Was fällt euch so bei den anderen Sachen auf? Sticht euch da was irgendwie raus, was ihr mal vorheben wollt? Also Best Supporting Actor Tom Hanks A Beautiful Day in the Neighborhood. Hab ich noch nicht gesehen. Das würde mich glaube ich interessieren. Und da würde ich es allerdings irgendwie Joe Pesci gönnen. Ich weiß es nicht warum. Okay, okay, okay. Ja eben. Also das fände ich schön und was fällt mir sonst noch auf? Beste Schauspielerin. Ich glaube, das wird vom Gefühl wird das René Selvega. Ich habe den Film nicht gesehen, aber auch der wird ziemlich gefeiert. Das könnte ich mir vorstellen. Machen wir wieder ein Tippspiel eigentlich? Ich habe es irgendwie dieses Jahr nicht geschafft, eins auf die Beine zu stellen. Na, wir haben ja noch ein paar Tage. Ja, ja, da musst du recht. Eigentlich habe ich immer, das ist ja in dem Moment, wo die Nominierungen offen waren, habe ich das reingesetzt, damit alle Zeit haben mitzumachen. Vielleicht mache ich noch was. Ich meinte, wir haben ja da letztes Jahr, wir haben doch von letztem mal was gut zu machen. Ach so, hier gegen Leinwandperlen. Da war was mit den Leinwandperlen. Ja, die haben das ja auch nicht aufgegriffen, die Ball. Ist ja egal. Ich gucke gerade mal der wunderbare Mr. Rogers, heißt der im Deutschen, startet in zwei Monaten bei uns. Es sollte wie ein Recherchejob wie jeder andere werden und doch erwuchs überraschend aus dem professionellen Treffen eine tiefe Freundschaft. Aha. Also der muss irgendjemand interviewen und ja. Ja, gut. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was fällt noch? Also ja, Parasite. Beste Kamera, finde ich noch interessant. Wer es da wird. Ja. Ja. Wegen was jetzt speziell? Naja, ich meine, da ist ein Film wie 1917, wird da glaube ich hervorstechen. Bei Beste Kamera. Weil ich habe vor kurzem, dann war das gestern oder so, habe ich einen Spot gesehen, wo sie quasi die Filmaufnahmen neben die tatsächlichen Aufnahmen, wie das gedreht wurde, gemacht, gezeigt haben, also wie diese Szenen entstanden haben. Und das war extrem beeindruckend. Und ich glaube, dass da Filme wie Der Leuchtturm oder Unzuponetal Unzuponetal in Hollywood abschlinken werden bei Beste Kamera. Ja. Wobei 1917, klar, Kamera. Auf jeden Fall gut, ja. Auch gut fand ich aber zum Beispiel auch die Kamera bei den Parasite. Da waren häufig so schöne Einstellungen drin. Die haben wir da echt nicht nominiert für Beste Kamera. Parasite. Ne, ich sag nur, da fand ich die Kameraarbeit auch sehr, sehr toll. Guck grad mal, wo haben wir das? Supporting, Screenplay, Screenplay. Wo ist denn die Kamera? Ach, weiter unten, ja. Oder? Cinematografie, ja. Irishman, ja, ich weiß nicht. Joker, ja, Joker war auch sehr gut. The Lighthouse, hat das jemand gesehen von euch? Ne, das war doch auch zwei Filme. Ja, ja, hab ich mich nicht reingetraut. Soll ja wirklich sehr schwere Kost sein. Draw and Penance, ne? Ja, irgendwie. Ah ja, so, was haben wir bei Film, Musik eigentlich? Sound Editing? Da ist ja, glaube ich, das einzige Star Wars Ding, ne? Sound Editing, ja. Wie immer. Sound Editing? Score, ja. Joker? Die Hildur, Gua, 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 Melch Story? Weiß ich nicht, ich kann mich kaum erinnern an irgendwelche Musik in dem Film, also Score. Also, das ist schon mal, also 1917, da saßen wir beide ja im Kino, haben gedacht, boah, der Score, Hammer. Da war ja auch Thomas Newman. Ja. Und Star Wars, John Williams, ja. Wobei hier, bei Rise of Skywalker waren es eher so Variationen seiner alten Themen. Es war jetzt nicht irgend so was Neues, wie damals irgendwie Duel of... Aber das fand ich gut und wichtig. Und die ganzen Verlinkungen, wenn du alle Filme so kennst und diese, wer welches Theme hat und wo das dann drin ist, das fand ich großartig. Für den Film ja, gebe ich dir recht. Weil das Emotionen weckt. Also bei mir hat es Emotionen geweckt. Für den Film gebe ich dir vollkommen recht. Für den Film war es gut. So diese Reminiscenzen an alte Sachen. Aber wenn du sagst, Best Original Score, das ist eigentlich was, wenn du was Neues komponierst und nicht, wenn du was Altes nimmst und das irgendwie in Remix machst, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Remix. Da finde ich es eigentlich besser, wenn dann irgendwie, weiß nicht, 1917 oder Joker oder so. Original Song, jetzt lass mal gucken. Toy Story 4, den habe ich noch nicht gesehen. Rocketman, okay. Standing With You, Breakthrough. Hat jemand Breakthrough gesehen von euch? Frozen 2. Also die Songs, habe ich überhaupt einen von den... Ja, Rocketman habe ich gesehen. Die anderen habe ich alle nicht gesehen. Also, hier. Into the unknown. Ja, aber Frozen 2 habe ich nicht gesehen. Tja, ich auch nicht. Sound Mixing. Da ist Ford vs. Ferrari drin. Das hat ja auch richtig reingehauen, da diese, diese richtigen Autosounds. Das war Wahnsinn. Oh ja. Okay, ich glaube, jetzt sind wir uns soweit, denke ich mal, durch. Hier die Oscars, was uns so aufgefallen ist. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch so aufgefallen ist, was ihr da cool fandet oder worauf ihr euch freut, wem ihr hofft, dass ihr einen Oscar bekommt oder wem nicht. Und wir machen mal weiter. Kino Charts und Neustarts. So, bei den Kino Charts sieht es nämlich hier in Stuttgart wie folgt aus. Auf Platz 10, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Auf Platz 9, die vier zauberhafte Schwester. Platz 8, die Hochzeit. Platz 7, die Eiskönigin 2. Platz 6, Chumanji, the next level. Platz 5, ein sehr guter Film, Knives Out, Mord ist Familiensache. Platz 4, auch kein schlechter Film, Lindbergh macht ein Ding. Platz 3, Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Platz 2, der Film steht hier. und Platz 1, Bad Boys for Life. Ja, das sollte man vielleicht auch mal gucken. Ja. Wir haben gestern bei Amazon ausgeliehen hier für 4,99 nochmal Longshot. Ah, der ist großartig. Da ist ja auch so, denk an die Bad Boys, ja, Bad Boys for Life. What you gonna do? Ging so zwischen den zwei Händen. Ah, herrlicher Film. Longshot. sehr empfehlenswert. Vielleicht gibt's den dann demnächst mal for free, dann kann ich ihn nochmal gucken. Okay, ähm, und was startet jetzt diese Woche, Chris? Was startet diese Woche? Das heißt, ab dem 30.01., da hat irgendjemand hier aus dem Podcast Geburtstag, startet Little Woman. Star besetzte Buchverfilmung. Emma Watson, Timothée Chalamet, Sau, oh Gott durchs Willen, Sauris, Ronan und Oscar-Preisträgerin Meryl Streep, das krieg ich hin. Der viel rezipierten Romane von Louisa May Alcott. Okay, also scheint ja doch eine gut besetzte. Drama. Ist ja ein Oscar nominiert, wie wir gerade gelernt haben, ne? Ja, hoch besetzt und, ja. Ähm, es startet auch der neue Robert Downey Jr. Film, die fantastische Reise des Doktor Doolittle, der ja in den USA leider an der Kinokasse ein bisschen ins Hintertreffen gerät, weil da doch einige starke Titel noch, ja, ihm vorausgehen und mal gucken, wie er sich hier so in Deutschland schlägt. Die Luise hat ja auf ihrer Insta-Story gepostet, wie sie bei der Premiere war in Berlin mit Robert Downey Jr. live. Jawohl. Na gut, dann mach ich den nächsten. Entschuldigung, 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 ich musste gerade mich raus spawnen. Entschuldigung. Da wäre ich nämlich vielleicht sowieso rein müssen. Die Heinzels, Rückkehr der Heinzelmännchen, ähm, der läuft im Gegensatz zu Latte Igel, läuft der tatsächlich in den Innenstadtkinos und die haben auch eine Aktion, da haben sie irgendwie Regisseur oder irgendjemand da, der dann auch den Film irgendwie dann vorstellt und so. Nach jahrhundertelanger Verbannung wagen sich die Heinzelmännchen wieder an die Oberfläche, doch ihre gut gemeinte Hilfe mündet erst mal in Chaos. Also irgendwie so, dass die Heinzelmännchen, jeder muss irgendwie Beruf erlernen und dann kommt ein, ein Heinzelweibchen dazu und die muss natürlich auch erst mal irgendwas erlernen und das geht alles schief und so. So, jetzt habe ich mich zu Ende geräuscht, aber das filmere ich die nächsten beiden, weil ich kann so zu dem zweiten erst sagen. Countdown, ein übernatürlicher Horrorfilm, in dem die Protagonisten von einer App drangsaliert werden, die den nahenden Todeszeitpunkt anzeigt und zur Not etwas nachhilft. Ja, das ist so ein bisschen, ja? Spielt er nicht die von Happy Death Day mit? Das wäre echt traurig, wenn die nur solche Filme spielt. Aber ich glaube, ich meine gesehen zu haben, dass das die gleiche Schauspielerin ist wie bei Happy Death Day. Aber ich kann mich auch irren. Aber es erinnert halt brutalst an Final Destination. Mhm. Man hätte das Ganze, glaube ich, auch Final Destination die App nennen können oder so. Deswegen, mal gucken und du weißt ja, nicht die App programmieren. Übrigens nicht die Hauptdarstellerin, Elisabeth Lail, ist nicht die von Happy Death Day und Happy Death Day ist nicht scheiße. Der erste Teil ist richtig gut. Das habe ich auch nicht gesagt, dass der scheiße ist. der Chris hat irgendwie so, ja, es wäre schlimm, wenn sie nur sowas. Der zweite Teil ist richtig scheiße, aber der erste Teil ist gut. Okay, ich, ja, revidiere, Entschuldigung, lieber Erik, das war härter als... Ich muss hier meinen Film verteidigen, den fand ich richtig gut. Alles gut, alles gut. Ich kann nichts dafür, dass du keinen Geschmack hast. Dann läuft noch an, Kartoffelsalat 3, das Musical. Da freust du dich drauf, ne? Ja, da freue ich mich total drauf, weil, ähm, unbestätigten Gerüchten zufolge ist er tatsächlich in der Verlosung für die Sneaker Montag, was ich mir halt überhaupt nicht vorstellen kann. Nur, ähm, Kartoffelsalat liefert damals auch in Innenstadtkinos mit Fresh Torge und das habe ich damals moderiert. Das war sehr lustig. Seitdem bist du Fan. Seitdem gucke ich nur noch Sachen von Torge an. Ich weiß gar nicht, ob der... Interessant ist. Ich wusste nicht, dass er noch lebt, aber, äh, nein, also, warum auch immer das Teil 3 ist, das ist wahrscheinlich schon der Gag dran, weil es ist die Fortsetzung aus 2015 und ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen, mir war gar nicht bewusst, dass es da einen zweiten Teil gab. Ja, gibt es auch wahrscheinlich nicht. Das ist einfach nur, haha, wir sind so lustig, wir nennen ihn gleich Teil 3. Ha, ein Musical über das legendäre Zombie-Virus soll für zahlreichen Nachwuchs sorgen. Die Klassenkameraden und die Lehrer gehen mit Elan ans Werk. Ja. Bitte was? Ja. Egal. Ein verborgenes Leben, episches Glaubensdrama über einen österreichischen Bauern, der für seine pazifistischen Überzeugungen bereit ist, in den Tod zu gehen. Von Terrence Malick, den mag ich ja sehr, mit August Diehl in der Hauptrolle. Muss ich mir mal vormerken, vielleicht nicht im Kino, aber... Dann Sorry We Missed You, gewohnt kämpferisches und mitreißendes Sozialdrama von Ken Loach über eine britische Arbeiterfamilie, die mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu kämpfen hat. Also Ken Loach ist ja natürlich ein spezieller Fall, ne? Habt ihr da mal irgendwie Filme von dem gesehen? Ken Loach, das ist nur in Deutschland. So, was weiß ich, Angels Share oder irgend sowas. Oder Looking for Eric, den hatte ich, glaube ich, mal vorgestellt, wo der hier über Eric Cantona... Ne? Sagt euch gar nichts? Ne. Ja doch, sagt mir was. Also hatte man eine sehr eigene Art Filme, also die Filme haben einen ganz eigenen Tenor und so, ist irgendwie ein bisschen sehr, sehr schwierig. Hat meistens so Unterschichtenthemen, gerade so englische oder irische Unterschicht, die er sich da annimmt und ja, ich hoffe mal nicht, dass wir den der Sneak irgendwie haben. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen, da muss man sich mal ja, intensiv damit... Ach, hier steht ja Sozialdrama, ja, britische Arbeiterfamilie, na, alles klar. Hab ich ja auch gerade nur vorgelesen, ist ja egal. Sein typischer Fall, ja. Darkroom. Warum zuhören? Darkroom, hier, da haben wir es wieder, Chris. Darkroom. Hervorragend, ja. Drama über einen Dreifachmörder, der seine Opfer in Berliner Schwulenclubs findet, basierend auf einem jüngsten realen Fall von Rosa von Braunheim. Mit Kathi Karrenbauer. Ach, tatsächlich. Das ist doch Walter, oder? Ja, das ist Walter. Ich frage, ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich. Ja, es ist Walter. So, dann, okay, danke. Dann haben wir eine Doku, eine Doku und dann ein Drama. Romis Salon. Okay, warum geht's da? Ja, da muss irgendeine Oma immer nach der Schule auf die Enkelin aufpassen und dann hat sie aber nebenbei noch den Friseursalon zu leiten und die frisch geschiedene Tochter muss auch arbeiten und da bleibt ihr keine Wahl, als die Kleine mit in den Laden zu nehmen. Alles klar. Okay. Haben wir sonst noch was hier? Die Kunst der Nächstenliebe. Die Kunst der Komödie über eine Frau, die anderen hilft und dabei ihre Familie vernachlässigt. Oh, was ist denn hier? 2020 Oscar-nominated Shortfilms. Das wäre natürlich auch eine coole Aktion, wenn die Innenstadtkinos vielleicht so als Art Vorfilm, natürlich nicht gerade, wenn ein 2-Stunden-20-Film dann läuft, aber einen von diesen Kurzfilmen, die Oscar-nominiert sind, mal zeigen würden. Das wäre cool. Ja, das wäre was anderes. Ich glaube, da sind wir jetzt durch soweit mit den Kinosachen und wir werfen mal einen Blick, was hier so fürs Heimkino neu erscheint. Am 27. Januar erscheint zum Beispiel Angry Birds 2, der Film auf Blu-ray. Muss man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Soll aber ganz lustig sein. Ich habe da eine Frage. Da gab es einen zweiten? Ja, klar. Die ist sogar im Kino, haben wir wochenlang vorgelesen in den Schwarz. Das ging voll an mir vorbei. Gab es echt einen zweiten? Ja. Ja, kannst du jetzt auf Blu-ray kaufen. Ja, jetzt auf Blu-ray, ja. Ich habe den ersten gesehen. Okay, mach mal weiter. Rambo Last Blood gibt es in verschiedenen Versionen. Also der letzte Rambo. Ist es der letzte? Voraussichtlich. Man weiß es nicht. Soll ja immer der letzte sein und dann kommt doch noch was. Dann steht er doch noch mal auf. Rambo. Jo, das war es auch schon mit den Blu-ray-Neustarts und dann gucken wir doch mal, was wir vielleicht für einen Trailer für euch haben hier. Hm? Nehmen wir den. Ich habe einen rausgesucht gehabt, einen Trailer, der heißt Dark Waters und den habe ich hauptsächlich deswegen auch mal bei uns reingeschmissen, weil da ein Song kommt, wo ich dachte, ja, Chris, den wir in unserer Playlist haben. Ja, stimmt. Ja, genau. Und wie fandst du außerhalb dieses Songs den Trailer an sich so? Sehr cool. Extrem, ne? Sehr cool. Bin ich sehr gespannt, was da passiert, also was da dabei rumkommt. Wirkte auf jeden Fall wie ein Film, den man sehen möchte. Heißt übrigens auf Deutsch nicht mehr, nicht Dark Waters, sondern wörtlich übersetzt vergiftete Wahrheit. Läuft am 16.04. an und ist ein Film von Todd Haynes und da geht es darum, dass sich Mark Ruffalo als Anwalt, ja, der gerät dann oder der deckt dann so verschiedene Sachen auf, ihnen werden Sachen herangetragen und er deckt dann auf, dass eben so eine Chemiefirma jahrelang wirklich massiv Sachen in die Umwelt entlassen hat, was mittlerweile auch in Menschen nachweisbar ist und das sind so Stoffe, die werden nicht ausgeschieden, die bleiben halt einfach da und verursachen ihre gesundheitsschädliche Wirkung nach und nach. Manche halt auch nicht, also das ist halt so eine Sache, hast du irgendwelche Chemikalien in dir, die gehen nie wieder raus, ja, und keiner weiß so recht, ob das jetzt was, was da jetzt genau passiert und hier muss halt wirklich sehr, sehr viele Leute da, ja, quasi mit in, sehr viele, für viele Leute klagen und legt sich ja wirklich mit sehr großen Unternehmen an und gefällt mir sehr gut, der Trailer, habe ich jetzt auch gerade mal mit reingenommen wegen Richard Jewell und so, weil man da auch so, so der, der Kleine, der wirklich so gegen so ein großes System kämpft und so. Tim Robbins ist auch noch mit dabei, Anne Hathaway, also der Cast ist auch der Wahnsinn und, ja, bin ich gut. Mein erster Gedanke war ehrlich gesagt Aaron Brockovich. Ja, meiner auch. Aber es sieht, das macht jetzt nicht irgendwie abwertend oder so, im Gegenteil, also Aaron Brockovich ist ein wunderbarer Film, ich finde, ich kann den, ich gucke den heute noch gern und ich glaube, dass das so in eine ähnliche Richtung nur mit aktuellen Themen geht, ja, und ich finde Mark Ruffalo in der Rolle, es sieht sehr interessant aus. Definitiv. Also da hätte ich, also ich habe mich jetzt schon geärgert, dass ich den letzten Sneak-Film verpasst habe, der ja auch eigentlich total meins wäre und jetzt, den werde ich gucken möchten, möchte ich gucken, Dark Waters möchte ich gucken, das ist voll meins. Ich muss noch eine Sache dazu sagen, ich habe echt Respekt vor den ganzen Leuten, die sich da mit Mark Ruffalo anlegen, weil ich glaube, wenn der sauer wird, oder grün, nicht, dass der grün wird. Ja, also Dark Waters läuft ja dann, was hatte ich gesagt, 16. April an, das ist ja dann irgendwie ein bisschen nach dem Kinostart von Richard Jules, das passt ja dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht so, ob es in die Frühlingszeit so unbedingt passt, solche schweren Gerichtstramen, aber, naja, schauen wir mal, wie es sich so, wie es so performt. Oh, wie es performt. Und ich sehe, der Chris hat sogar eine Serie, da habe ich nämlich noch überlegt hier, ob ich da auch mal reingucke und die stand bis kurz vor der Sendung gar nicht drin, bin gespannt. Ja! Serien. Vollkommen richtig. Ich habe mich getraut, das reinzuschreiben. Ja, aber ich habe mich getraut, das reinzuschreiben. Ich habe mich nicht getraut, das reinzuschreiben, weil ich nach einer Episode noch nicht so viel sagen kann. Ja, aber sie läuft an. und es wurde sehr, sehr groß angekündigt, läuft seit drei Tagen, läuft es auf Amazon Prime, Star Trek PK. Also eine neue Science-Fiction-Serie, die sich rund um Captain PK, den ehemaligen Captain, es ist was, Lieutenant Admiral PK. AD, Außer Dienst. AD, Außer Dienst. Hast du es auf Deutsch geguckt oder was? AD. Ja, ich habe es auf Deutsch geguckt. Merkmal klein. Ja, also geht, geht in der ersten Folge, geht es komplett nur um ihn eigentlich, so dieses, wo ist er jetzt? Was, was ist da los? Und ist, wow. Also ich fand es ganz cool, also die ganzen Aufnahmen, dann natürlich schauspielerisch, richtig geil, weil die richtigen Leute einfach mitspielen. Also Patrick Stewart als Jean-Luc PK, Brent Spiner ist zu sehen als Data und ja, es ist so wirklich, es spielt so nach dieser Zeit nach Enterprise und die Welt hat sich schon ziemlich verändert und das kommt in einem Interview, das erste Interview, das PK da führt, seit ewig Zeiten, wird da auch so ein bisschen aufgedeckt und die Serie verspricht sehr viel mehr und sie macht so, ja, ein Stück weit teilweise ungutes Gefühl bei der ganzen Sache, weil man sich sagt, okay, das ist noch das Universum, wie man es kennen sollte, weil, ich will einfach nicht zu viel verraten, das ist, das ist ein bisschen schwer, aber ich habe, nicht zu viel, ja, vom Gefühl her, transportieren die mit dieser Serie das Star Trek Universum in eine modernere Zeit rein. Wobei, das haben sie ja durch Star Trek Discovery vorher schon gemacht, aber PK ist jetzt halt noch mal, noch mal nostalgischer, noch mal mehr dem Original wieder zugewandt. Ich fand ja Discovery super, die ersten zwei Staffeln finde ich klasse, aber PK hat mich jetzt in der ersten Folge total mitgenommen, weil nicht nur wegen den Darstellern, die wir gesehen haben, sondern auch wegen denen, die dahinter stecken. Jonathan Frakes hat seine Finger in dieser Serie mit drin, wird auch selber auftauchen, macht in mehreren Folgen, wenn nicht sogar in allen Regie, ich weiß es nicht mehr 100%, aber da sind die Originalen, haben da ihre Finger drin und das hat, ich finde, das hat man in der ersten Folge direkt gemerkt und ich habe ja, ich bin eine totale Affinität zu den beiden, seit ich da letztes Jahr die auf der Gamescom, äh, auf der Comic-Con kurz kennengelernt habe und auch für den einen oder anderen sowas arbeiten durfte und die sind einfach so cool und es ist so Nostalgie pur und aber auf eine gute Art und Weise und die machen da eine neue Geschichte auf und das, ha, Kate Ende. Der, ja, da Erik willst du auch noch sehen, also, Star Trek Discovery, das lief ja auf Netflix, ne, und das läuft ja jetzt auf Amazon. Ihr lief Discovery auf Netflix? Ich glaube ja. Warte, ich check das mal nebenher. Ich denke schon, ich habe es mit meiner absoluten Sicherheit gesagt, äh, deswegen, habe ich jetzt eigentlich keine Widerworte erwartet hier. Ne, Quatsch, ich bitte, aber ich glaube, das war so und das wundert mich, an sich wundert, an sich wundert mich das schon, dass das jetzt so ein bisschen aufgeteilt wird, weil in der Vergangenheit war es zumindest immer so, dass, ähm, die versucht haben, das alles immer schon schön zusammenzuhalten, ja, es war ja irgendwie von, äh, Paramount produziert, am Anfang immer noch und, ja, da wurde halt versucht, wirklich so auf alles und jetzt, was weiß ich, die eine Serie kommt da und die andere kommt da und, ähm, hier, ähm, Dings hier, der PK, der Darsteller, hat ja eigentlich gesagt, er will nie wieder den PK spielen, weil er zu sehr drauf festgelegt wurde auf den und jetzt spielt das doch wieder und irgendwie, äh, es ist irgendwie alles sehr suspekt, also deswegen habe ich mich auch noch nicht so richtig herangetraut, ähm, weil ich zum einen dachte, okay, Star Trek Discovery hat mir ziemlich gut gefallen, ähm, wie die das so in die neue Zeit transportiert haben und jetzt kommt auf einmal Amazon um die Ecke, von denen ich in letzter Zeit eher enttäuscht war von ihren eigenen Produktionen und, äh, bring jetzt PK, Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es daran liegt, dass, ähm, vielleicht gerade Leute, gerade wie, wie Jonathan Frakes und die ganze Alte gerade gefühlt mitsprechen wollten. Vielleicht wollte Netflix das nicht zulassen, dass die da mit, wobei eigentlich war Jonathan Frakes bei Star Trek Discovery auch immer als Berater mit dabei. Netflix lässt eigentlich relativ viel zu, während Amazon eher versucht das zu steuern, weil die haben ja noch eine weitergehende Verwertungskette, weil die wollen es ja auch dann später noch zum Beispiel verkaufen, ja, als, als Discs, als Blu-Ray und sonst was alles, also die gucken da schon mehr drauf. Ich glaube, du hast als Produzent bei Netflix noch ein paar mehr Freiheiten, du bist technisch sehr eingeschränkt, da gucken sie sehr genau, was du da für Equipment nimmst und Frame-Rate und irgendwie sowas, dass das auch alles irgendwie einen gewissen Look hat und gewisse Qualität auch hat, aber deswegen, ich weiß nicht so recht, weil ich meine, guck trotzdem rein, das ist gut. Ich meine, Amazon ist jetzt für mich jetzt nicht gerade so bekannt für geile Science-Fiction-Serien Eigenproduktionen. Ich könnte mir ja denken, dass das irgend so ein so ein Mehrfach-Deal war, wo jetzt gesagt wurde, okay, hier, wir bringen das mal raus und dafür kannst du noch irgendwie zwei, drei andere Filme, die dir selber am Herzen liegen, produzieren, aber wir brauchen das hier, weil da rechnen wir damit, dass da Geld verdienen. Ja, selbst wenn, also ich fand jetzt die erste Folge richtig gut, also auch von der Umsetzung her, von der Technik, also das ist jetzt nicht, dass das Beam da irgendwie komisch aussieht oder dass ich das Gefühl habe, die haben da am Budget gespart, im Gegenteil. Ja. Ich fand das richtig stark. Ich gucke auf jeden Fall rein. Ja, guck mal rein. Ich möchte mich selber überzeugen, was da der alte Herr noch so hinkriegt. Also ihr gebt noch keine Wertung oder gut, bei Serien haben wir eben so, aber bei einer Folge. Empfehlen könnt ihr es schon, oder? Also man sollte mal reingucken. Auf jeden Fall reingucken, ja. Cool. Auf jeden Fall reingucken. Ja. Dann, ähm, machen wir das mal kurz. Games. Aha. Chris, du hast doch Playstation-Dings hier, diesen Vertrag da hier, ne? Auch wie ich jetzt auch. Playstation Plus heißt das. Hast du ja auch das Goat-Game mit der Ziege? Hast du das auch runtergelegt? Ne, hab ich noch nicht geholt. Das ist jetzt irgendwie wieder bei. Das ist ja total abgefahren. Das ist total verrückt. Mach das mal. So, das war's schon zum Thema Games. Dann machen wir weiter mit dem allgemeinen Bereich hier. 200 Bild hab ich. Bald. So. Bald. Und wir kommen mal zu den Musik-Tipps. Ich würde sagen, fängt mal da Chris an, weil der hat noch was, was ein bisschen Filmbezug hat. Ja, ich hab, weil wir es vorher schon eingangs hatten, aus dem Film der Fall Richard Jewell von dem einen Auftritt, wo eben Richard Jewell mit seiner Mom ist, von Kenny Rogers The Gambler genommen. Einen schönen Country-Song, so richtig zum Ha, 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 ha. Gibt's da vielleicht sogar eine Live-Version hier? Warte mal. Kenny Rogers, The Gambler. Vielleicht gibt's eine Live-Version. Keine Ahnung. Ne, hier gibt's nur The Gambler, The Gambler. Was ist das? Tribute Club in the, nee, Karaoke-Version brauchen wir nicht. Dann nehmen wir die Karaoke-Kino. Dann nehmen wir die normale Version, Playlist hinzufügen, Kinokast-Songs. So, Kate, was hast du für einen? Ich hab, äh, von Lucas Graham einen Song rausgesucht, und zwar, den kennen wahrscheinlich die meisten, weil es einer seiner bekanntesten ist, Seven Years. Okay. Packe ich auch mit drauf, vom blauen Album. Steht hier. So, und ich hab, weil ich das letztens beim Joggen mal wieder in, kam in meiner Zufalls-Playlist, ähm, hab ich von dem Boom-Funk-MC's Freestyler. Freestyler. Das ist irgendwie, Das geht immer ganz gut. Da hast du gleich mal hier das Mikrofon gerockt. Genau, rock the microphone. So, welche Version nehmen wir hier? Die, ich kann jetzt nicht reinhören. Ich nehme einfach mal die, ein gute Laune-Song, der einen nach vorne treibt. und, ähm, Kommentare hatten wir zur letzten Folge auf dem Blog, zumindest mal nicht, aber mir hat jemand über irgendeinen anderen Kanal, jetzt muss ich kurz gucken, ich glaube, es war über Twitter, hat irgendjemand nochmal gratuliert gehabt, zur sechshundertsten Folge. Ähm, finde ich, ich busse jetzt gerade, ach hier doch, der Max, ich nenne es mal, oder ich kann ja seinen Twitter-Händel sagen, at mm, beides groß, kleines e, xx88, ich hoffe, dieses 88 hat nicht irgendwas Kurioses zu heißen hier, das wollen wir nicht. Ähm, ja, der hat uns zu 600 Ausgaben Kinocast gratuliert. Er hat nämlich wahrscheinlich da erst die letzte Ausgabe gehört gehabt. Ansonsten hatten wir leider sonst nichts, also gab auch keine Wortmeldung irgendwie, irgendwas, hm, naja. Hm, hatten wir sonst noch irgendwas? Nö. Seid ihr noch da überhaupt? Wir sind noch da, selbstverständlich. Klar. Ich frage ja nur, es war so ruhig geworden hier. Ähm. Ja, wir haben gelauscht und. Achso. War ja sonst nichts weiter. Also drücken wir die Daumen, dass morgen was Gutes in der Sneak kommt. Es ist ja von Kartoffelsalat 3 bis irgendwie Oscar-Kandidaten irgendwie alles im Spiel. Ähm, schauen wir mal. und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Bog Hanniss Vizzin. Bis bald im paragisi assume so. Bis bald im herst somehow.